Ja, schönen guten Morgen. Ich will nach Hause, hat sie mir gesagt. Und Sie können uns bitte abholen bei... Wo wohne ich denn? Ist das richtig? Ja. Und es geht in die... Wo ist denn? Pöllner Straße? Wo wohnen die? Pöllner Weg oder Straße? Pöne, Saarstraße? Ich weiß schon, wo Sie hinwollen. Gut, danke. Hallo? Hallo? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich fang gleich jetzt. Mann, ey. Sind Sie noch da? Äh, ja? Ja, bei welchem Namen... Bei welchem Namen soll ich klingeln? Ich schmisschen, wenn wir mal aufgehen. Bei welchem Namen soll ich klingeln? Hallo, lieber Chef. Entschuldigung. Wir sind alle betrunken. Sie hatten heute den 60. Geburtstag. So, wir wollten die Pöllner Straße. Da Poli, da Poli, da Poli. Oder so, wie Sie heißen. Ja, das weiß ich alles. Kennt Sie der Poli? Bei welchem Namen soll ich klingeln? Bei Ihnen? Bip, 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 bip. Oder so? Doch, ich will da klingeln, weil... Ja, nimm die ganze Bande da mit. Okay. Bip, 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 bip. Bitte klingeln und dann ab in die alte Taiga da rüber. Bei welchem Namen soll ich denn klingeln? Schmittchen. So, dann bringt die bitte da rüber. Ja, mache ich. Und dann weiß ich, wo die hinwollen. Also, irgendwo anders noch wollen Sie hin, oder? Ja, bis gleich. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Nee, bleib mal noch. Wir müssen ja erst mal gucken, wo die sind. Ach, da hat der auch viel. Wir müssen ja erst mal gucken, wo die sind. Vielen Dank.